Hey, die deutsche Piratenpartei wird 15 Jahre alt und ich als euer Europaabgeordneter war von Anfang an dabei, weil wir Piraten leidenschaftlich für unsere Freiheit und Rechte im Zeitalter der digitalen Revolution kämpfen. Das ist für uns Kernthema und nicht verhandelbar, weil andere Parteien beim Schutz unserer Grund- und Menschenrechte umfallen, sobald sie an der Macht sind. Weil ich mit einem guten Gewissen und Gefühl mit einer kleinen, aber feinen internationalen Bewegung für Grundrechte, Transparenz und Beteiligung kämpfen kann. Piraten wirken und sie machen Spaß. Deshalb herzlichen Glückwunsch, liebe Piratenpartei. Wenn es dich nicht gäbe, müsste man dich sofort gründen.